Hallo, ich bin Tayo und in diesem Video zeige ich dir, wie man eine Paprika richtig schneidet. Und los geht's! Die meisten Menschen schneiden Paprika so auf, indem sie die Paprika oben einschneiden und den Inhalt umständlich rauspopeln. Das geht viel einfacher und praktischer. Hierfür köpft man die Paprika an dieser Stelle. Dann trennt man das Innere mit einem Schnitt und klopft den Inhalt raus. Die Paprika übrigens niemals innen auswaschen, da hier die wertvollen Nährstoffe enthalten sind. Jetzt noch den Stiel ganz einfach mit dem Daumen rausdrücken und die Paprika ist schon fertig entkernt. Wusstest du eigentlich schon, dass Paprika natürliche Fettbörner sind? Das liegt daran, dass sie kaum Kalorien haben und reich an Vitaminen sind, welche die körpereigene Fettverbrennung stark ankurbeln. Toll, ne? Ich hoffe, ich konnte dir etwas beibringen und würde mich sehr, wenn gefällt mir. Und oder ein Kommentar von dir freuen. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.